Willkommen zu einem weiteren Artemis Vite Tutorial. In folgenden Tutorial erfahren Sie, wie Sie Geräusche in der Artemis Vite wiedergeben können und welche Funktionen Sie mit dem Player nutzen können. Möchten Sie eine Aufnahme wiedergeben, setzen Sie den Fokus mit einem Klick auf eine Datei im Head Navigator oder eine Marke in einem Pool Project und spielen diese mithilfe des Playback-Symbols ab. Für umfangreichere Wiedergabefunktionen nutzen Sie den Player der Artemis Vite, den Sie in der Menüleiste unter Playback aufrufen können. Sie können ihn wie alle Tool-Windows frei positionieren. Im Player erscheint der Name der Marke oder Datei, die im Fokus steht. Rechts neben dem Stop-Button können Sie festlegen, welche Eingangskanäle Ihrer Marke auf den beiden Ausgangskanälen wiedergegeben werden. Mit einem Klick auf die Kanalnamen erscheint eine Auflistung aller Kanäle der aktuell angewählten Marke. Wählen Sie die Kanäle, die Sie wiedergeben möchten, durch einen Klick aus. Die rechte Spalte entspricht dem rechten Ausgangskanal und die linke Spalte dem linken. Möchten Sie kanalselektiv wiedergeben, können Sie das auch mithilfe der Wiedergabesymbole in der Kanalauswahl einer Marke im Sourcepool tun. Mit einem Klick auf eines der Symbole wird nur der entsprechende Kanal wiedergegeben. Den Ausgangspegel der Wiedergabe im Player können Sie über die Schieberegler verändern. Der Gesamtpegel wird über den mittleren Regler, die Pegel der einzelnen Kanäle über die äußeren Regler eingestellt. Ein Doppelklick auf einen der äußeren Regler gleicht den Gesamtpegel an diesen Wert an. Ein Doppelklick auf den mittleren Regler setzt den Gesamtpegel zurück auf die Standardeinstellung 100% Aussteuerung bzw. 0 dB. Sobald Sie die Maus über die Pegelanzeige bewegen, erscheint ein kleines Fenster. Hier haben Sie die Möglichkeit, numerische Pegelwerte für beide Ausgangskanäle einzugeben und die Wiedergabe zu muten. Die Felder neben der Pegeleinstellung können Sie mit unterschiedlichen Funktionen frei belegen. Die Anzahl der Felder ist abhängig von der Größe der Tool-Windows. Mit einem Klick auf die obere Ecke eines Feldes können Sie das Feld mit unterschiedlichen Funktionen belegen. Sie haben die Möglichkeit, sich Informationen über die aktuell wiedergegebene Marke bzw. Datei anzeigen zu lassen oder die aktuelle Geschwindigkeit bzw. Drehzahl auf einem Balken oder Tacho anzeigen zu lassen. Mit der Funktion Playback Speed können Sie die Wiedergabegeschwindigkeit erhöhen oder verringern. Einen schnellen Wechsel der Wiedergabe-Frontends können Sie mit der folgenden Funktion durchführen. Die letzte Funktion Play-to-File ermöglicht Ihnen das aktuell wiedergegebene Signal als neues HDF-File zu speichern. Dieses File übernimmt die aktuellen Einstellungen des Players. Die eingestellte Wiedergabelautstärke, Kanalauswahl und Wiedergabegeschwindigkeit wird mit in das File geschrieben. Außerdem bietet die Play-to-File-Funktion eine schnelle Möglichkeit, gefilterte Signale zu erzeugen. Wie Sie Filter bei der Wiedergabe verwenden, erfahren Sie in einem separaten Tutorial. Mit einem Klick auf den File neben dem Play-to-File-Symbol können Sie einstellen, ob in dem neuen HDF-File eventuelle Referenzkanäle des ursprünglichen Signals beibehalten werden oder nicht. Die mit der Play-to-File-Funktion erzeugten Daten finden Sie auch im Head-Navigator unter dem Punkt Recordings. Mit entsprechender Bildschirm- bzw. Fenstergröße stehen Ihnen mehr oder weniger Funktionen des Players gleichzeitig zur Verfügung. Damit haben Sie einen Überblick der Funktionen des Players bekommen. Weitere Informationen zu Wiedergabe-Funktionen in Kombination mit dem Mark Analyzer erhalten Sie in einem weiteren Tutorial.